Okay, kein Powerjump, weil ich zu doof zum Kacken bin. Okay, kein Powerjump. Okay, kein Powerjump. Ich weiß gar nicht mehr, ich muss hier raus, ne? Na klar. Nein, 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 nein. Oh, ist das alter Schwede, ey. Okay, so, State-Punkt, so. Ja, ja, das ist mir schon klar, aber wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Da hin? Hm. Nee. Ach. oder dahin man weiß es nicht ich bleib erst mal bei hierhin aber ich stelle fest dass ich hier nicht weiter geht oder was ich wäre ein wenig enttäuscht das ist eine unsichtbare wand na super das ist ja herrlich so hier sind wir auch reingekommen das kann wohl sein ja 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 natürlich also müssen wir da irgendwie weiter naja power jump und mal gucken wo es uns hinführt power jump ok kein power jump weil ich zu doof zum kacken bin ok tja die füllen wieder auf das ist schön aber irgendwie da ist einer ok so wie soll ich mich dann festhalten so und so und so und jetzt bräuchte ich ja eigentlich den raketen boost noch ok kann ich mich um kann ich ja coole sache parker da kann ich nicht ich probiere mal was ansonsten ich weiß ja dass ich oben drauf kommen das ist gut haha beruf nur dass ich jetzt runterfallen werde das war garantiert nicht so gedacht wie ich es gemacht habe aber das ist mir völlig egal so jetzt müssen wir da unten hin so speicherpunkt weiter runter schätze ich mal was ist hier los was ist dank was hä das fleuten stein was waren sie ich bin votre merks nicht sicher wenn sie nur maddie kommen hätte mit mir vielleicht konnte sie es auf ihnen aber dad hast du nicht ein paar der latere gelernt inzweich habe ich herausgestellt dass jeder auf ihrer latere eine unserer vielleicht kann ich mir die geschrieben das die maddie mit in den schasmen Minten Habe ich mir doch nicht gemerkt, den Mist. Hm. Okay, da kann ich nichts mehr machen. Komme ich denn da irgendwie wieder hoch? Ja. Oder auch nicht. Was soll das jetzt? Ähm. Ah ja. Ich habe keine Ahnung, wo ich schon wieder hin muss. Hm. Aber das scheint der einzige Weg zu sein. Also. Schauen wir mal. Jetzt muss ich die irgendwie im Flug auffüllen. Und ich wüsste echt gerne mal wie. Äh. Naja. Okay. So. Und. So. Und. So. Und. So. Und so. Und so nebst. So. Ah. Oh. Glück gehabt oder wie sehe ich das? Wo ist der Scheiß? Ach, ich brauche gar kein Kristall, weil. Weil Power. Äh. Hm. Ja. Äh. Ja. Jetzt zieh dich da bitte, bitte irgendwie hoch. Sehr schön. Okay. Speicherpunkt nicht ganz vergessen. War auch schon wieder komplett anders geregelt wahrscheinlich, als es gedacht war. Aber ist ja egal. Hauptsache durch. So. Und da lang hüpfen. Mal gucken, wo es uns jetzt hinführt. Ah ja. Das ist doch zu hoch. Nein. Und ab geht's. Ab geht's in die dunkle Schlucht. Oh, tschüss. Schön euch gekannt zu haben. Ja, du fallst doch endlich. So. Ähm. Ja. Und nochmal das Ganze. Mal mit Powerjump anfangen. Dann nehme ich hier schön um die Ecke. Den nochmal mitnehmen. Den auffüllen. Äh. Keinen Haken finden. Äh. Ja. Und nochmal ab in die Schlucht. Hm. Wo ist denn der dritte Haken? Also. Hauersprung war hier schon mal cool. So. Und dann den. Achso. Nach oben geht's weiter. Da könnte man sich auf die Plattform erstmal ziehen. Okay. Ui. Halt. Stopp. So war es nicht gedacht. So. Und Powersprung. Und den. Und dann den. Und dann erstmal. Ah, komm. Das könnte reichen. Mit ein bisschen Glück. Es reicht. Sehr gut. Gut. Kristall brauchen wir nicht. Ziehen wir uns hier mal rüber. Und wieder so ein. So ein Sprung des Glaubens. Okay. Ich habe keine Ahnung. Wo geht's denn da weiter? Verdammt. Mal eben checken. Ist da unten weiter? Ne. Kann doch nicht. Da waren wir doch schon. Hm. Und abwärts. Und abwärts. Ja schön, wenn das abwärts ein bisschen schneller ginge jetzt so. So. Also. So. Und so. Und so. Ist die Frage. Hier oben ging's da auch noch irgendwie weiter. Probier das mal gerade. Ne, 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 ne. Das ist erst für später. Okay. Und ab in die Tiefe. Sorry, dass ich so leise bin. Aber es wird langsam echt anstrengend hier, das Ding. So. Ich konnte mit dem Powerjump direkt hinten dran. Nein. Haha. Habe ich ein Glück. Hm. Trotzdem stellt sich die Frage, wo geht's da weiter? Da komme ich nirgends dran. Komme ich immer noch nirgends dran? Ah. Jetzt hänge ich. Aber zieh mich zurück. Sehr schön. Ja. Äh. Schwierig. Ich rede echt schon wieder rickidick hier. Wo ist denn der richtige Weg? Man weiß es nicht. So. Und so. Und dann. Ha. Ah, gerade nochmal gut gegangen. So. Dann da hin. Dann da hin. Und da. Hm. Okay. Aber das bringt mir alles nix. Weil. Achso. Warte mal. Nein. Ach shit. Ach. Na ja. Alles klar. Okay, das ist jetzt zwar noch mal Absturz, aber ich glaube, jetzt weiß ich, wo ich lang muss. Also eigentlich weiß ich es. So, da lang. Und da lang. Auf die Plattform. Aufladen, hüpfen, rüber. Oh Mist. Na ja, ist ja noch mal gut gegangen. Auf die Plattform. So. Und dann. Da. Und da. Und jetzt bin ich da schon wieder gegengestragen. Und das war scheiße. Aber. Noch mal gut gegangen. Und jetzt bräuchte ich eigentlich was, um aufzuladen. Komm, bleib stehen, bleib stehen. Nein, er bleibt nicht stehen. Und noch mal das Ganze. Das ist ein bisschen schwierig, dass man da nicht gegenstößt. Ups. Äh, ja, schon doof. Oder schaffe ich es? Ah, siehst du, da geht doch. So. Und so. Und da noch mal stoppen. So. Und dann. Äh. So. Und so. Und. Nein. Ach. Hatte ich schon mal so viel Glück, da hängen geblieben zu sein. Aber nö. Das wäre ja zu einfach. Scheiße. Äh. Habe ich scheiße gesagt? Ich meinte natürlich, schade. Hey, 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 hey. So. Und. Na, komm. So. Und so. Und so. Und. Und auch noch. So. Und jetzt habe ich wieder das Problem, dass ich keine Ladung übrig habe. Kann sich jemand an so einer Stelle so dämlich anstellen? Mh. Klasse. Oh, warte mal. Cool. Da sind wir doch wieder am Ausgangspunkt. Haha. Ohne zu sterben. So. Da auf die Plattform. 5 Meter rennen. Nächste Plattform. Weiter rennen. Da drauf. Und auf die Plattform. Weiter rennen. Hüpfen. Auf den. Von dem ansaugen lassen. Jetpack. Und unterwegs den Kristall. Da dran. Da dran. Weil so schön ist den Kristall noch. Und. Äh. Ich hoffe, dass es jetzt hier gleich irgendwo einen Checkpoint gibt. Echt mal. Das wäre toll. Ach du Scheiße. Wie ist das denn jetzt gemeint? Muss ich mich da runter? Ne. Da oben geht es weiter. Okay. Also. Zwei. Und drei. Und auf die Plattform. Hätte ich gern gewollt. Aber. Das macht nichts. Wir sind auch auf der Plattform. So. Powerjump auf die nächste Plattform. Anstrengend. Anstrengend. So. Ne. Das geht nicht. Checkpoint. Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin. Dort oben ins Loch praktisch. Ja. Da komme ich nicht mehr weiter. Oh. Warte mal. Hat sich schon aufgefüllt. Sehr schön. Äh. Ach komm. Beamen wir uns hier mal kurz rein. Äh. Sekunde mal. Okay. Nichts weiter Wichtiges. So. Und jetzt. Alter Schwede ey. Nein. Halt. Erst gucken. Dann fallen. Bitte. Obwohl. Da können wir ruhig fallen. Und ein erneuter Checkpoint. Oh man. Onkel Fred ey. Gut. Da lang. Alter Schwede ey. Okay. Nein. Hm. Oh. Warte mal. Possibly gar nicht ganz so wild. Jetzt schon. Und wir haben schon seit 25 Minuten aufgenommen. Das heißt, das hier wird jetzt der Last Try. Und wenn der nicht mehr klappen sollte. Ah. Sekunde. Noch ist nicht aller Tage Abend. Dann machen wir in der nächsten Woche weiter. Oder beziehungsweise in der nächsten Folge. Aber es hat ja geklappt. Ah komm. Zieh dich hoch. Zieh dich doch hoch. Nein. Wir hängen an dieser Ecke. Kann man hier noch irgendwie uns festhalten? Können wir? So. Völlig anders als gedacht. Aber egal. Wir haben es auf die Plattform geschafft. Und ja. In der nächsten Folge schauen wir mal wie es weiter geht. Bis denn. Euer Mahndi. Ciao, ciao. Ciao.